Moin zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Python mal wieder und zwar geht es heute um Type Hints. Type Hints bezeichnen die Funktion, die in Python 3.5 dazugekommen ist, also noch gar nicht so lange jetzt her, dass man Typen angeben kann, wenn man möchte, aber nicht muss. Man muss ja immer noch nicht Typen angeben. Kleines Beispiel, ich kann hier zum Beispiel einfach sagen, increment, eine Funktion, die in x nimmt und kann dann sagen, return x plus 1. Ich weiß, unsinnvolle Funktionen, viel zu einfach und so weiter und so fort, aber für Demonstrationszwecke wunderbar. So, seit Python 3.5 kann ich aber Type Hints angeben und das ist sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel in einem Team entwickelt, wo vielleicht nicht ganz klar ist, was aus einer Funktion zurückkommt. Also man kann dann zum Beispiel sagen, hey, hier, ich habe meinen eigenen Datentyp und der kommt genau aus dieser Funktion zurück und es gibt eine andere Funktion und so weiter und so fort, die bringt dann halt einen weiteren Datentypen zurück. Und ja, das kann verwirrend werden, wenn man ein großes Projekt hat, deswegen gibt es Type Hints, die dann auch wirklich explizit sagen, aus dieser Funktion kommt immer genau dieser Typ raus und das macht es dem Editor hier auch ein bisschen einfacher oder meiner IDE ein bisschen leichter, wenn ich dann auf diese Rückgabewerte darauf zugreifen möchte. Das kann ich einfach angeben, sowohl für Parameter, da kann ich einfach sagen, Doppelpunkt, int und dadurch weiß ich, das, was hier rein muss, ist ein Integer und ich kann sagen, rauskommen tut auch ein Int, weil ja, ich erhöhe das ganze Ding hier einfach nur um 1. Und das ist ziemlich praktisch, Integer, für die Leute, die es gerade nicht wissen, sind Ganzzahlen, während Floats, äh, Gleitkommazahlen sind, str bedeutet String, also eine, ähm, eine Zeichenkette und wenn ihr mehr dazu wissen wollt, über diese ganzen Datentypen, die heißen auch im Python nicht anders, ähm, schaut euch einfach meine Programmieren-Lern-Tutorial-Reihe an, da erkläre ich die einzelnen Datentypen etwas ausführlicher. Und das ist ziemlich cool, dass ich das hier einfach so angeben kann, weil, ja, jetzt kann ich hier einfach sagen, hey, das ist auf jeden Fall für ein Integer gedacht. Vorsicht aber beim Verwenden, wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, increment 2, ja, dann funktioniert es wunderbar, wir sehen hier oben auch, es muss ein Integer reinkommen, habt ihr vielleicht schon öfters mal gesehen, und es wird 3 zurückgegeben, wer hätte gedacht, das ist quasi 2 plus 1, aber wenn ich jetzt hier 2,1 schreibe, dann kriege ich hier einen Fehler raus, denn es wird erwartet, eine Ganzzahl, und zurückkommt ein Float, oder eingegeben habe ich mit 2,1 ein Float, eine Gleitkommazahl, weil hier ist ein Komma dazwischen. Wenn ich das jetzt hier starte, kommt zwar trotzdem 3,1 raus, das heißt, diese Typen, die ich hier angebe, die sind nicht zwangsläufig fest, aber 3,1 ist auch kein Int hier, sondern eine Gleitkommazahl. Das heißt, das ist nur für die Lesbarkeit, damit es die IDI besser macht. Das hindert jetzt euren Code nicht daran, ausgeführt zu werden. Wenn ich jetzt hier ein String reinpacke, sowas zum Beispiel, dann gibt mir das hier immer noch ein Fehler in diesem Return x plus 1, nicht in der Verwendung von diesem Ding, sondern immer noch, wenn ich hier diese Funktion innen drin ausführe. x plus 1 kann ich nicht drauf addieren, weil eben 1 kein String ist, sondern ein Integer. Und zurückgeben würde ich es immer noch, das heißt, ich würde das auch so probieren weiterhin. Und das ist gefährlich, da müsst ihr immer vorsichtig sein. Es ist quasi wirklich nur für euch gedacht. Aber es wird trotzdem immer noch ganz normaler Python-Code ausgeführt. Hilft natürlich jeder IDI extrem, weil ihr dann direkt visuelles Feedback bekommt, dass das hier nicht funktioniert. So, ich kann jetzt natürlich auch hergehen und kann mir zum Beispiel meine eigenen Typen definieren. Und das ist ziemlich cool. Das kann ich mit Klassen zum Beispiel machen. Class my number zum Beispiel. Und dann haben wir hier A gleich 2. Wobei, nee, A lassen wir einfach raus. Ähm, def init. So was zum Beispiel. Wobei, nee, wir haben ja hier oben die Nummer angegeben als Parameter. Okay, das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, in diesem Increment muss eine my number reinkommen und es kommt ein Integer raus. Achtung. So, ähm, die Klassendefinition muss oben drüber stehen, sonst ist die hier gerade nicht bekannt. Der Compiler, beziehungsweise alles geht eigentlich von oben nach unten durch und wenn ich hier meinen Number benutze und davor noch nie meinen Number definiert habe, wird es schwierig. Okay, was ich jetzt hier also machen kann, ist, ich sage einfach, oh, das sollte natürlich groß geschrieben sein. Und eigentlich sollte man hier auch my number schreiben. Ähm, ich packe hier eine, ja, dann sollte ich das hier auch anpassen, ähm, eine my number rein. Ups. My number von, äh, ich gebe mir eine Zahl, 2. So, und jetzt habe ich natürlich hier drin Schwierigkeiten, denn jetzt sehe ich hier direkt, ich erwarte hier eigentlich ein Integer, aber versuche das Ganze mit einer my number zu machen, das funktioniert logischerweise nicht. Also muss ich erst mal sagen, äh, x.num plus 1 wird zurückgegeben und das wiederum funktioniert, denn ich kann zum Beispiel hier auch sagen, hey, das Ding ist ein Int, kann ich auch machen, wenn ich möchte. Achtung, Konstruktoren haben logischerweise keine Typrückgabe, da könnt ihr nicht irgendwie sagen, ich gebe ein Integer zurück, das, das geht einfach nicht. Okay, und jetzt kann ich das ganze Ding auch wieder so laufen lassen, es kommt 3 zurück, es gibt nirgendwo einen Fehler und so weiter und so fort. Also, so kann ich auch meine eigenen Typen hier definieren, und kann sagen, was das eigentlich ist. Wie gesagt, auch hier wiederum ist es hauptsächlich für euch gedacht, dass es den Code leichter verständlich macht, ähm, muss aber nicht verwendet werden. Ich kann genauso gut hier einfach sagen, das bleibt frei. Ich muss auch nicht immer ein Integer zurückgeben, ich kann machen, was ich möchte im Endeffekt, und das ist die große Schwierigkeit auch dabei. Ähm, noch eine Kleinigkeit, und zwar unter dem Modul Typing, gibt es einige, noch ein bisschen P, äh, gibt es einige interessante Typen, die ich importieren könnte. Ich mach mal kurz hier auf, wir haben hier zum Beispiel eine Liste, die man importieren könnte, oder hier auch noch andere Sachen, ähm, wie Collection, Container und so weiter und so fort. Aber die könnt ihr euch mal alle angucken, wenn ihr Lust drauf habt. Wenn ihr wollt, dass ich zu einem speziellen Video mache, dann sagt mir da auch nochmal Bescheid, dann mach ich das natürlich auch noch. Ähm, im Grunde genommen ist es so, ihr könnt aus diesen Typen hier nochmal zusätzlich eben hier Sachen machen. Das heißt, ich kann hier sagen, hier muss eine Liste reinkommen. Klar, dann meckert das hier rum. Aber, ähm, ich kann zum Beispiel hier auch sagen, äh, len von x. Und dann kriege ich hier unten selbstverständlich einen Fehler raus. So, aber das sollte jetzt funktionieren. Ja, genau. Und jetzt kriegen wir quasi einfach die Länge der Liste plus 1 zurück. Warum auch immer ich das machen möchte. Ähm, das ist im Endeffekt, da findet ihr die Typen, die nicht im Standard dabei sind. Also zum Beispiel eine Liste ist kein Standard-Standard-Typ. Ähm, und ist dann halt eben hier drin. Ähm, da findet ihr eben auch noch so Sachen wie Sates oder Dicts oder sowas. Alles dabei. Alles klar. Aber ich kann auch neue Typen machen, anhand von diesen Typen. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool. Zum Beispiel kann ich mir einen Vektor definieren. Ich meine, Vektoren, manche von euch wissen, was Vektoren sind. Im Endeffekt sind Vektoren einfach nur Listen mit einer fixen Größe. Theoretisch müsste ich dazu eine eigene Klasse schreiben und müsste sauber definieren, dass sich die Größe von diesem Vektor erstmal nicht ändert und relativ fix ist. Ich kann aber auch hier kurzschreibweise machen, dann habe ich halt ein paar weniger Funktionen und kann sagen, das ist eine Liste aus Floats. Und dann kann ich hier sagen, hey, das hier wird aber ein Vektor. Zum Beispiel. Und dann kann ich das immer noch laufen lassen und es funktioniert genauso. Ähm, ja, also so kann ich sozusagen meine eigenen Typen definieren, festlegen, wie die aussehen sollen, ohne eine Klasse zu definieren. Ich kann das Ganze auch über eine Klasse machen, dann ist es halt ein bisschen mehr Code und ich muss ein bisschen mehr Pflege und Aufwand reinstecken. Das nur so am Rande. Ziemlich nützlich eigentlich, auch irgendwie sehr, sehr cool. Und, ähm, ja, das benutzen mittlerweile sehr, sehr viele, weil es eben den Code auch ein bisschen leserlicher macht, übersichtlicher macht. Man weiß, was passiert. Man weiß, warum was passiert. Und deswegen ist es eigentlich relativ beliebt geworden. Wollte ich euch nur mal mitteilen. Und ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.